So, Map-Paintball, oh shit, jetzt habe ich aus Versehen meinen Warpy schon angemacht und die Waffe noch nicht gewechselt. Oh man, leckt das. Das leckt aber gewaltig, ey, der hittet ja überhaupt nicht. Schnell Waffe wechseln, nehmen wir mal wieder die Hornet und gucken uns mal die Map hier an, ah, das ist ein Teleporter. Oho, boah, scheiße, Mann. Da geht ja überhaupt nichts mehr jetzt hier. Mal mehr Salven schießen, gucken ob das mehr hilft hier. Ja, Map-Paintball, da auf jeden Fall die zwei Gebäude, wo man, das ist alles glaube ich identisch hier. Hier ist der Mittelgang, ja doch, ist ganz nett gemacht für so eine Paintball-Map. Auf den ersten Blick gefällt es mir schon. Dann kann man sich auch hier gegenseitig absnipen. Oh, scheiße, ja, ich habe es schon gesehen, dass er das snipe. Aber ich wollte ihn noch killen, nicht mehr geschafft. Wo steht der denn am snipen? Hm, nicht gesehen. Hier steht eine AFK. Ey, man hält drauf und ey, der verliert ja fast nichts, ey. Ja, jetzt ging es mal wieder besser. Ja, jetzt habe ich daneben geschossen. Ah, fast. Oh, komm, jetzt schmeißen wir auch mal ein paar hier, ne? Yibbi, yibbi. Und einen nach unten und kabusch. Boah, der hielt sich aber, ey. Oh, der hat ja noch gewartet, ey. Oh, gar nicht gemerkt. Ich habe schon, ich habe ja gar keine Tränke mehr hier. Und deswegen kacke ich auch so schnell ab gegen die. Naja, Tränke gegen Nichttränke ist schon... Komm, 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 jetzt hätte ich mal meinen Sniper nehmen sollen. Boah, jo, der hat aber geglitscht, du. Der Boom 789. Aber gewaltig. Ja, hör auf, jetzt schon wieder zu glitschen, Mann. Nee, 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 komm. So kann ich dich nicht treffen, ey, wenn du da so rumglitscht. Das ist dann ein bisschen fies. Alter, was ist das? So. Mein Freund. Wo war... Da, 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 da. Alter. Ich komme mich nie mehr bewegen... Ey, jetzt, jetzt aktiviert der noch so den Warpy. Willst du mich veräppeln? Das ist eine halbe Stunde später, bevor ich... Nachdem ich gedrückt habe. Das ist doch nicht wahr. Komm, wir rennen mal mit der Boa hier rum. Mal haben ein bisschen Fun-Gaming hier. Oh. Keine Chance. Dann eben mit der Pumpy-Mumpy. Wie kann... Hä, habe ich jetzt nicht verstanden. Hat der nicht gerade noch Spawn-Schutz oder sah das nur so aus? Jetzt warten wir mal hier. Na, da wollte doch einer hoch. Also einer von meinen. So, hier war ich noch nicht. Mal gucken, was hier... Ah, jetzt lass mich doch mal da durch, Mann. Wollte ich doch einmal... Ah, warte mal. Ach so, hier ist das. Hast du nicht gemerkt, dass ich die Kisten weggeschossen habe, Mann? Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Bin am Nachladen, Mann. Map-Paintball. Ja, sehr schön. Gucken wir gleich nochmal, von wem die war. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Oder irgendwie kann ich heute nicht treffen. Sup. Ich bin schon gleich tot. Nein. Ja. Hat noch gereicht, ey. Danke, du hast mir voll die Deckung gegeben mit deinem Spawn-Schutz. Oh. Hätte ich den Boomer killen sollen. Dann ist es jetzt losgelaufen. So. Mal ein bisschen höher stellen, ey. So, so, so. Gibt's doch nicht, ey. Normalerweise nach drei Schüssen sollten sie tot sein. Na, schon wieder nicht gut gehittet. Was steht's eigentlich? Oh, 13. Boah, ich muss mal mein Score hier ein bisschen aufpeppen hier. Okay, ich laufe auch mit der Pumpgun rum zwischendurch mit der. Boah, dann ist das schon nicht so einfach. Heal hab ich auch nicht mehr. Komm, jetzt seid ihr aber schon... Oh, der ist snipet von da oben. Komm, das ist unfair. Ah, hab ich dich noch. Aber, aber wie. Dummi. Was nehmen wir mal Schönes. Oh, ich bin gleich tot. Ich muss runter. Spawn-Schutz ist schon weg. Boah, das ist fies. Geht's hier in deinen LPs um KD? Ja, natürlich. Natürlich. Nein, natürlich nicht. Meine KD ist mir eh scheißegal. Ich spiele, wie gesagt, nur noch aus Spaß hier. Deswegen juckt mich das auch nicht. Deswegen wechsle ich auch voll auf meine Waffen. Auch irgendwelche... Manchmal Waffen, die... Wo ich auf jeden Fall eine scheiß KD kriege. Ey, was ist der? Hätte normal tot sein müssen. Wenn ich so lange von der Entfernung auf den Kopf schieße. Ey, Gott. Ja, da hat man gehofft, dass die Lacks jetzt... Weg sind da, wie gesagt. Es kann nur besser werden. Ist ja auch nicht immer so. Wo geht's denn hier? Hör auf, Mann. Boah, hat man schon gesehen. Ey, der hat nur geschlagen auf mich. Und wie lange er das gebraucht hat, bis er... ...tot war. Boah, das... ...hört mich aber jetzt voll hitten können. Wie gesagt, ich hab kein Heal. Da bin ich normalerweise... ...sehr gut mit einem Schuss down zu kriegen. Ah, auf unserer Seite. Ach, gar nicht wahr. Das ist auf deren Seite. Ey, der glitscht da rum. Hör auf zu glitschen, Mann. Okay, du hast das nicht anders gewollt. Ah, so. Und jetzt schreib einmal hier sozusagen... ...noob oder so. Oh, ey, Bloxy hier. Guck dir das Video an. Dann siehst du, wie du da rumglitschst. Dann kannst du sehen, dass man sich da oben gar nicht sehen kann, wenn du in der Ecke stehst. Ja, 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 ja. Ah, Mann, ey. Noch zwei gekillt, ey. Gibt's doch gar nicht. Ha, ha. Kamikaze. Oh, scheiße. Ich hab ja kein Premium mehr. Ach, Mann, vergessen, ey. Sonst geht das ja immer. Ah. Scheiße, sie kommen. Verstecken, verstecken. So, auch mal Radar benutzen. Hier, ein bisschen rüberschmeißen. Ach, Mist. Und was nehmen wir denn jetzt mal Schönes wieder? Ja, komm, noch mal die Condor hier. Theoretisch könnte man hier warten, bis sie kommen, ne? Nur kommt leider keiner, wenn man dann wartet, ne? Na, na, na. Haha. Äh, jetzt schmeißen sie Nades hier. Oh, ja. Weltraum-Nades. Heftig. Ah. Ja, Hochhaus verloren. Haus hoch. 23, 10, 31. Sehr gute KD. Muss ich schon sagen. Ja, der Boom 7, 8, 9. Hat im blauen Team besser. Okay, Paintball von Free2Play. Ja, Bewertung. Gefällt mir. Bewerten. Gedownloadet habe ich sie schon. Ich habe sie ja von mir aus reingemacht. Ja. Und ich denke mal, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß. Und ich drüben. Bis zum nächsten Mal. tea, Amen. Twoiben. Hofen. Allah selbst.